breaking news über heino 84 wie geht es ihm wirklich in dieser schwierigen zeit wir haben die neuesten updates zu seinem leben und den besorgniserregenden nachrichten über seine geliebte frau hannelore heino der volksmusiklegende hat kürzlich sendungen abgebrochen und alle kommenden termine abgesagt da sich der gesundheitszustand seiner frau rapide verschlechtert hat aber wie geht es ihm jetzt wie steht er zu der herausforderung vor der er steht aktuellen berichten zufolge hat heino zuflucht bei engen freunden gefunden die ihm in dieser schwierigen zeit beistehen die sorge um seine frau hannelore die angeblich im sterben liegt lastet schwer auf seinen schultern ein enger vertrauter berichtet dass sie bereits alles für einen möglichen todesfall geregelt haben aber heino hat den gedanken daran verdrängt dass hannelore nicht mehr in seinem leben sein könnte ein leben ohne seine liebste mit der er seit beeindruckenden 44 jahren verheiratet ist ist für heino unvorstellbar seine freunde machen sich große sorgen um ihn da er sich nun aufopferungsvoll um die pflege seiner frau kümmert die beiden haben sich 1972 bei einem filmdreh kennengelernt und waren seitdem unzertrennlich die frage bleibt wie wird es jetzt für heino weitergehen ein insider meint es wird irre schwer für ihn damit zurechtzukommen wir alle senden heino unsere besten wünsche und hoffen dass er die unterstützung und kraft findet die er in dieser schwierigen zeit braucht bleibt dran für weitere updates